Wenn der Pastor auf der zweiten Empore sitzen muss, dann ist es richtig voll in der Stadtkirche. Über ein rappelvolles Haus konnten sich Brass-Sax Peter Sveen am Sonntagabend beim Konzert in Jever freuen. Das rund 50-köpfige Blasorchester mit Dirigent Volker Resing hatte wie beim Konzert vor zehn Jahren einen Projektchor zum Mitsingen eingeladen. Bettina Heine und Petra Fuchs hatten mit den Sängerinnen und Sängern das Schubert Sanctus und Awe Verum einstudiert. Mit Werken von Gustav Holst, Jupiter Hymn und Second Suite sowie Also sprach Zarathustra, der Schwanritter-Legende und mehreren Filmmusiken spielte das Orchester sich querbeet durch die Musik.